Dieses Video zeigt dir, wie du schriftlich dividieren kannst, wobei ein Rest bleibt. Wir müssen, da die Ziffer des Dividenden wieder kleiner ist als der Divisor, die 32 zusammen nehmen, also 32 geteilt durch 6. 47 geteilt durch 6 ist 7, 7 an. 7 mal 6 ist 42, 42 an. 47 minus 42 ist 5, 5 an. Eine weitere Ziffer können wir nicht herunternehmen, 5 geteilt durch 6 geht nicht. Rest 5. 4. 5. 5. 6. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 10.